Ja, die BASF baut um. Das neue Zielbild besagt, wir konzentrieren uns mehr auf das Kerngeschäft. Einzelne Bereiche werden ausgelagert, die bekommen mehr Eigenständigkeit. Die Agrarsparte etwa, so ist die Idee, könnte auch an die Börse gebracht werden, eigenständig. Die Organisationsstruktur soll verschlankt werden und bei neuen Projekten will die BASF bei Zukunftstechnologien etwas vorsichtiger vorangehen, um Risiken zu vermeiden. Und natürlich, es soll am Stammwerk in Ludwigshafen gespart werden. Etwa 80 Prozent der Anlagen im Werk sind, so die Untersuchung der BASF, wettbewerbsfähig und rentabel. Der Vorstandsvorsitzende Markus Kamitz sagt, das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Es bleiben aber natürlich die übrigen 20 Prozent der Anlagen, die eben nicht so fit sind. Und bei denen schließt auch Katja Schabwinkel im Vorstand für den Standort Ludwigshafen und Europa zuständig weitere Schließungen von Anlagen nicht aus. Und das wird dann garantiert auch mit einem Wegfall von Arbeitsplätzen verbunden sein. Es bleibt also ungemütlich am Stammsitz. Und ungemütlich wird es auch etwas für die Aktionärinnen und Aktionäre. Die BASF hat heute auch angekündigt, die Dividende auf ein Minimum von 2,25 Euro nach oben zu beschränken. Früher gab es zuletzt 3,40 Euro je Aktie. Da soll es in Zukunft eben weniger geben. Und als Ausgleich Aktienrückkaufprogramme. Es ist nicht mehr so wie früher, dass es jedes Jahr ein Schippchen obendrauf gibt. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass es nicht mehr so wie früher ist.